so da sind wir wieder wir haben noch zwei level von uns und dafür brauchen wir bestimmt 30 folgen also ich hab mir da sind ja bei dr popel hulk diese klötze wenn er grün wird habe ich mir überlegt eigentlich müsste man doch dann da drauf und dann auf deinen kopf springen mit der schön kopfschmerzen kriegt und dann eine valium einnehmen muss wir versuchen es einfach mal wünscht mir glück ja und los geht's so kommt ihr mit seinen granaten es kommen wieder popel hast du nicht mit gerechnet war sack ja gib mir die popel dr popel hulk so jetzt wird er zum hulk das kennen wir ja noch aus der letzten folge gerade noch so kommen trinkt die scheiße trinkt die scheiße er auf ex ich bin doch gerade kurz in den kopf gesprungen ja so habe ich es gemeint dr popel hulk gleich habe ich ihn gleich habe ich ihn komm her los gorilla auf zwei beinen zack peace leute und tschüss ja nitrus gebrochen schön das nur in zwei minuten und 20 sekunden dann kommt jetzt endlich das ende müssen wir dann in the lab zum schluss gegen dr n antreten aber erst mal gehen wir wieder 5.000 mal tot kennen wir ja ja ey ich wusste es ja die schuhe fliegen noch durch okay ha ach so okay kack popel und hopp oh geil kisten oh das habe ich jetzt nicht gesehen checkpoint gab es noch nicht ne na scheiße warum es immer so lange für ein checkpoint dauert ah scheiße aber somit gewinne ich äpfel und vielleicht mal ein leben oh oh Und ein Leben. Und hier ist gleich schon das Bonus-Level. Hoffentlich schaffe ich es. Drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier. Du hast das letzte Mal sie geholt, Dr. No. Zwei Kisten vergessen, wo denn? Egal. Egal. Okay. Tschüss, Nordi, Alter. Das ist wieder für die Tür, ne? Gut. Okay. 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 Ist jetzt gut durchgekommen. Ja, Alter. Penner. Ich wusste es. Okay. Nachdem. Oh Mann Back to Fee Aaaaah Alter Wash Wegen dem muss ich das Level gleich nochmal machen Das war jetzt Glück Alter Mensch Verdammte Kiste Das war mein Magen Sorry Okay nochmal warten Oh Mann Oh Mann Oh Mann Jetzt kommt man wieder so schnell nach vorne. Mal gucken, ob ich jetzt die Kiste kriege. Die zwei Kisten, die ich vergessen habe. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Wieder nur 10. Lieber 10 als tot gehen. Sag ich so, mach, ne? So. Okay. Da sind wir wieder. Ah! Kurz vergessen. Ah, Mann! Immer diese Professoren, Alter. Die gehen mal auf den Sack. Oh! Ah! Oh! Ah! Englisch Ah, so Okay Nein Warum Ich hatte es doch schon geschafft Ich warte nochmal Ach du Scheiße Okay Fast wieder zu früh Noch ein Leben Holy moly Alter Gut, das ist Ackwater Yes Ach du Scheiße Ich muss stehen bleiben Zwei Versuche Oh, ich hab zu muffen raus Zwei Kisten nur Ist der Rekord Ja Jetzt kommt Dr. N Alter Mach ich fertig Die Abnase Lass mich mal beruhigen Ey So ne versteckte Level hat sich, Alter The Great Wall, Alter So ne Scheiße Das waren doch noch 50 Level Ach so Level geschafft Hätte man sich auch sparen können Echt jetzt Es kommt jetzt noch ein Level Ich will eigentlich den Dr. N haben Dr. Null Das ist ein guter Hinweis Du kannst bestimmte Energieblitze zurückschleudern Bestimmt so ausweichen Und dann nur bestimmte Ja Ich hab's raus, Freunde Boah, ich bin fast runtergefallen Ah, scheiße Auf jeden Fall Die grünen Dinger kann ich besiegen Also Zurückschleudern Komm doch mit deiner Mini-Gun, Alter Mit deiner Nerf-Gun Ah, scheiße Aber man wird sofort Pulverisiert Mutsch Mutsch Guck mal Sein Schloss Hab ich in Brand gesteckt Ah, ich wollte grad springen Egal Verloren Gleich nochmal Letzte Folge Hat eben Überlänge Ein bisschen Freue mich schon auf Teil 2 Wenn ich mal das hier beendet habe Den muss ich jetzt achten Ha Muss er jetzt ein Schild Ah, verdammt Mit deinem Hoverboard Für Arme Cortex am Arsch Bop Bop Ah Geh weg Du stinkst Alter, ich hab das Ding noch nicht mal berührt Der einzige Professor Der Sprechen kann Der magst, dass ich von diesem Cut runterfalle Boats Boats, Boats, Boats Langsam hab ich's raus Ja, arm Arsch, Alter Auf einmal kommen sie hoch Ich hab doch nichts gemacht Dr. N. ist mies Der ist gemein Schon war Dr. Popel Fresste seinen Sohn, Alter Beide verrückt Nicht getroffen Schade Jetzt gehen die Dinger hoch, ne Ich hab doch gemacht Guck nicht in die Kamera hinter dir Ist der der Penner Scheiße Verrückt sie den Alter, 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 Alter Verrückt sie den Ich hab mich Verrückt sie Den St Yay Verrückt sie Darmat Wollt sie Lass Um Wollt sie Verrückt sie Thales Förrückt sie Verrückt sie Du musst aufpassen. Boah, Alter, der wird immer größer. Scheiße. Jetzt konzentrieren. Fuck! Fuck! Hensch und schmutzig. Naaah! Er lacht sich nur hin ab. Scheiße. Ich hab Herzklopfen, aber wie? Ich hab doch gedrückt. Ich hab noch mal, Crash Bandicoot. Scheiße. Aaaaah Wo bekommst du nicht gleich alles abgezogen, Penner? Noch ein! Scheiße! Ja! Wuhu! Cortex neutralisiert. Ja, Freunde. Der erste Teil ist vorbei, endlich nach 17 Folgen. Es gab ein paar Höhen, aber sehr viele Tiefen in diesem Spiel. Andi hat mir auch mal geholfen. Da bedanke ich mich. Es geht bald weiter mit dem zweiten Teil, denn Andi und ich müssen erstmal aufnehmen. Vielleicht gibt es in der Zeit ein anderes Let's Play, man kann es nie wissen. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Gebt uns einen Daumen hoch. Schreibt uns Kommentare. Links zu anderen Let's Plays unten in der Videobeschreibung. Ich bedanke mich bei euch. Guckt unsere Unboxings. Danke nochmal. Tschüss. Bis zum nächsten Teil. Was ich noch sagen wollte, ich erkenne, ich markiere den zweiten Teil mit dem Titel des Spiels und dahinter schreibe ich T2 und dann mache ich, äh, hm, entweder Hashtag 1, also Folge 1 oder Folge 18. Ihr seht es ja dann. Bis dann nochmal. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.